Amerikanische Großbanken werden immer skeptischer und sprechen von Terraphonomics, also praktisch der Zollpolitik als reguläre Wirtschaftspolitik. Und das erhöhe so viele Großbanken, etwa Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch und auch HSBC. Die sagen, es ist letztendlich so, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession immer größer wird, wenn wir jetzt sehen, dass im Handelskrieg die Dinge sich nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Man rechnet jetzt wie Goldman Sachs etwa mit der Einführung dieser Zölle auf die restlichen 300 Milliarden an chinesischen Importen zum 1. September und senkt gleichzeitig seine Prognose für das BIP im dritten Quartal von 2,0 auf nur noch 1,8 Prozent. Also das ist sozusagen jetzt so ein kleiner Stimmungsumschwung. Die Banken im Minister haben ihren Optimismus in Sachen Handelskriege verloren. Man ist optimistisch in Sachen Notenbanken und das Ganze ist jetzt so ein Abwägungsspiel zwischen den negativen Faktoren Zölle und dem Hoffnungsfaktor Notenbanken. Aber, und das ist eben auch einer dieser zentralen Punkte, wenn wir jetzt sozusagen Zölle als Wirtschaftspolitik haben seitens der US-Regierung. Auf der anderen Seite etwa eine EZB dann mit geldpolitischen Maßnahmen versucht Stimulus zu betreiben, faktisch ja die eigene Währung abzuwerten. Das wiederum sorgt dann für neue Irritationen bei denjenigen, die eben diesen Währungswettlauf nicht wirklich dulden wollen, nämlich Donald Trump. Das ist also jetzt das Spannungsfeld, in dem wir sind und man spricht eben jetzt hier von Terraphonomics, wo eben praktisch ein Handelskrieg ergänzt wird durch einen Währungskrieg und das Ganze sich so ein bisschen ausbalanciert. Die EZB kann vielleicht gar nicht so drastisch agieren mit Blick auf die USA, weil dann sozusagen zurückgeschlagen wird. Also das ist schon eine abgefahrene Geschichte, wenn man so will. Wir haben ja hier dieses Muster auch an den Märkten, mehr Zölle, dann haben wir Stress an den Märkten. Die Wirtschaft verschlechtert sich, die Fed muss die Zinsen senken, daraufhin erholen sich die Märkte wieder, daraufhin kommen neue Zölle. Also es scheint so ein neuer Kreislauf entstanden zu sein an den Märkten. Wir haben insgesamt die Situation, dass wir am Freitag ja harsche Aussagen von Donald Trump hatten. A, dass er sagte, ich bin nicht bereit für einen Deal oder noch nicht bereit für einen Deal mit China. B, dass er in Zweifel gezogen hat, dass die chinesische Delegation im September nach Washington kommt. Und C, dass er gesagt hat, wir machen keine Geschäfte mit Huawei. Dann hat aber das Weiße Haus, und das ist der Grund für die Erholung, die wir dann zwischenzeitlich an den US-Märkten und dann auch an den europäischen Future-Märkten gesehen haben, hat das Weiße Haus gesagt, naja, er meinte nur staatliche Aufträge, private Firmen können weiter, wenn sie eine Lizenz haben, mit Huawei in bestimmten Bereichen Geschäfte machen und die Lizenzvergabe liefe weiter. Das waren die Aussagen des Weißen Hauses. Das war einer der Negativpunkte von Donnerstag Nacht auf Freitag, als er einen Bericht rauskam, der gesagt hat, ja, die US-Regierung verzögert oder hat erstmal auf Eis gelegt, diese Lizenzvergabe für Huawei. Und Huawei ist ebenso etwas wie der Kriegsschauplatz in diesem großen Handelskrieg oder das Schlachtfeld, könnte man sagen. Und dementsprechend ist das eine entscheidende Frage. Es geht ruhig zuerst mal zu Beginn der Woche. Wir haben erstmal heute keine Wirtschaftsdaten. Es ist am Wochenende nicht so wahnsinnig viel passiert. Japans Märkte geschlossen, Singapur geschlossen. Wir haben das Yuan-Fixing heute Nacht gesehen, knapp über der 7,02er Marke, schwächer als beim letzten Mal, aber die Märkte haben mal wieder mehr erwartet. Das ist so ein bisschen das Muster. Ja, hätte noch schwächer gefixt werden können, aber wir haben doch jetzt einige Faktoren, die immer stärker eine Rolle spielen. Ich hatte hier diese Rezessionswahrscheinlichkeit schon angesprochen, die immer weiter steigt. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass die Unternehmensgewinne in den USA vor Steuern zurückgehen, nicht wirklich steigen. Die hatten einen Hochpunkt so im Bereich 2017. Das ist rückläufig. Wir sehen, dass die Zölle immer stärker eine Rolle spielen. Wir haben hier die bestehenden Zölle, den Einfluss dieser bestehenden Zölle auf das BIP, auf das globale BIP. Da sehen wir, das hält sich noch in Grenzen, ist so bei 0,1%. Jetzt kommt diese neue Stufe hinzu, wenn die Zölle am 1. September über diese 300 Milliarden kommen. Wenn dann die Zölle ausgeweitet werden auf 25%, dann wären wir schon bei 0,4%. Und wenn dann die Aktienmärkte noch 10% fallen würden, wären wir bei 0,6% des BIPs. Das ist eine ganze Menge Holz, zumal die Wirtschaftsdaten ja deutlich nach unten zeigen. Und gerade in Deutschland so ein bisschen Rezession gespielt wird. Wir haben auf der anderen Seite auch die Situation, dass in den USA etwa das Leben teurer wird. Wir sehen hier die Preise bei Target und Walmarts, wo sehr, sehr viele Amerikaner einkaufen, steigen deutlich. Bei beiden Supermärkten oder Supermarktketten, wenn man so will. Also da ist doch die Inflation schon angekündigt. Was kann die Fed dann machen, wenn die Inflation ansteigt? Das ist die große Frage. Kann man dann weiter die Zinsen schlichtweg so absenken? Auf der anderen Seite sind die Amerikaner extrem optimistisch. Und so haben jetzt bei der Umfrage der University of Michigan 64,4% der Befragten gesagt, ja, sie erwarten in den nächsten Monaten einen steigenden Aktienmarkt. Das ist der dritthöchste Wert, der jemals erzielt wurde. Also wir haben hier so ein bisschen eine fundamentale Verschlechterung, die immer stärker wird. Auf der anderen Seite ist die Stimmung aber bombig. Bombig, meistens ja durchaus ein Kontraindikator. Es geht, wie gesagt, heute ruhig los an den Märkten. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Deswegen wollen wir uns gleich mal den Schatz widmen. Und das ist einer der entscheidenden Kurse hier. Das ist der Dollar-Juan. Gesponsert hier die Kurse wieder von Capital.com. Wir sehen, dass der Dollar-Juan bei 7,02 ist aktuell. Wir waren schon etwas höher wieder. Dann aber das Fixing, das mit der 7,02 und ein paar Zerquetschten etwas tiefer war, als manche befürchtet hatten. Schauen wir uns gleich mal die Situation in den Aktienmärkten an, wie die sich jetzt darstellt. Wir haben dann den Dow Jones aktuell bei 26.311. Wir sehen diese Seitwärtsbewegung jetzt in den letzten Tagen. Da geht es zwar rauf und runter, aber so richtig entscheidend tut sich nichts, dass hier eine Richtungsentscheidung getroffen würde. Wir sehen den Nasdaq 7.676, sehen den S&P 500 bei 2.923. Und was wird der DAX machen zur Eröffnung? Der ist bei 11.742, bewegt sich also auch nicht so wahnsinnig viel vom Fleck. Was macht Euro-Dollar? Der ist bei 1.1208. Interessante Analysen zum Wochenende, die sagen, wenn Risiko-Aversion kommt, dann wird der Euro stärker werden, weil dann viele ihre Positionen abbauen. Der Euro ist sozusagen die Carry-Trade-Währung. Und wenn Risiko auftritt, dann wird diese Carry-Trade-Währung abgewickelt. Wir sehen den Goldpreis. Wenn er denn kommt, dann ist er bei, verschwindet plötzlich, dann nehmen wir Gold, kommt auch nicht, dann bleiben wir beim Euro oder zeigen einfach nochmal eine Grafik, die vielleicht auch von Relevanz ist. Nämlich das, was der IWF versagte zu China. China sei kein Währungsmanipulator. Und das ist sozusagen der Punkt, warum sich die Chinesen auch jetzt relativ sicher fühlen in dieser leichten Abschwächung, die man Stück für Stück macht beim Yuan. Hier sehen wir den Yuan zum Dollar, geht immer weiter zurück. Aber das ist jetzt eine Geschichte, die natürlich permanent im Blick gehalten wird. Das Fixing ist jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten, ist nicht mehr so super zentral wie noch vor einigen Tagen. Aber es geht so Stück für Stück, wird da ein bisschen der Yuan geschwächt. Und das ist sozusagen das Muster, das wir in den nächsten Tagen sehen werden. Viele Großbanken haben ihre Erwartungen schon auf 7,40 erstmal gestellt. Also dass China faktisch den Yuan erstmal weiter abwertet. Also das ist erstmal das für den heutigen Montag. Starten Sie gut in den Tag. Ich wünsche das Allerbeste und sage Tschau.